Harte Worte von Beatrice Egli. Die DSDS-Jurorin ist mit der finalen Entscheidung der Castingshow nicht happy, und das darf jeder wissen. Tausende Sänger und Sängerinnen wollten ihn unbedingt haben, den Titel von Deutschlands Superstar. Doch am Ende kann ihn nur einer oder eine bekommen. In den Castings musste die Jury um Beatrice Egli, 36, Pietro Lombardi, 32, Loredana, 29, und Dieter Bohlen, 70, großzügig aussieben. Nun haben es vier der Kandidaten ins Final geschafft. Doch Beatrice ist alles andere als happy mit der Entscheidung. Der DSDS, es stehen nur Männer im Finale. Obwohl zahlreiche Frauen um den Titel gekämpft haben, hat es keine einzige von ihnen ins Final geschafft. Die vier Finalisten sind, Christian Jerich, Nisim Mizrahi, Philipp Matas und Tom Conner. Sie werden am 9. November um den Superstar-Titel singen. Ganz ehrlich, wir haben als Jury versagt. Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden von Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht, erklärt Beatrice nachdenklich kurz nach der Entscheidung. Wir haben genug Frauen mitgenommen. Aber leider waren da Krankheiten, Unsicherheiten, Zweifel und superstarke Männer, erklärt die 36-Jährige weiter. Auch Pietro ist enttäuscht. Finale ohne Frauen, sehr schlimm für mich, so der Juror. Tamara, meine Goldene, ich habe wirklich für sie gekämpft, aber am Ende haben so kleine Punkte nicht gereicht. Das hat mich sehr traurig gemacht. Am Ende müssen sie die Entscheidung aber schlicht und einfach akzeptieren. Und sie freuen sich auch auf das Finale. Denn auch ohne weibliche Stimme wird es sicherlich spannend.